Die Ratsche. Ja, hallo. Willkommen zu einem weiteren Tai-Chi-Aspekt. Heute die Ratsche, von Experten auch Drehmomentschlüssel genannt. Und wir haben das Klick, 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 Klick und dann Wupp. So, da wird dann die Mutter angezogen. Ich zeige mal kurz, was ich meine. Das Klick, Klick, Klick repräsentiert die vorbereitende Aktion. Also hier Klick, 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 Klick und dann die Aktion. Wenn ich das ohne dieses Stehenbleiben mache, das heißt hier in dem Moment, wo ich die Bewegung mache, dann wäre es hier Schwung holen und dann nach vorne. Aber was ich mache, ist, ich lasse die Hände im Raum stehen, löse, mache schön meine Spirale, Klick, 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 Klick und dann die Bewegung. Dasselbe wäre beim Boxstoß. Mache nicht, sondern Klick, 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 Klick. Wupp, und dann kommt er hier raus. Okay, ich zeige einfach mal die Achterform und sage das Klick, Klick dazu an. So, hier lösen, Klick, 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 Klick. Klick, 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 Klick und die Hände fallen. Und hier wieder Klick, 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 Klick. Verlagern, der Schritt, lösen, Klick, 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 Klick. Eins und zwei. Der Schritt, wieder hier Klick, 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 Klick. Eins, drehen, zwei. Klick, 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 Klick. Und nochmal Klick, 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 Klick. Und dann der Push, auch hier Klick, 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 Klick. Eins, zurück Klick, 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 Klick. Und nochmal Klick, 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 Klick. Wird ihr vielleicht dann auch bei Anwendungen merken, natürlich kann ich dieses, jenes, welches machen, aber hat ein bisschen auch was mit Hebel zu tun. Das heißt Klick, 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 Klick. Also von hier Klick, 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 Klick. Okay, bis zum nächsten Mal.